Wir sind sehr zufrieden, also alles was da jetzt passiert, ich würde sogar Hightech dazu sagen, dass wir mit diesen Maschinen haben wir schon sehr große Freude, dass das Material wirklich sauber sortiert wird und sich dann natürlich auch vielleicht verkaufen. Die Verbesserungen sind einfach, dass man vorher sehr gemischt ist, wenn man real gehabt hat, jetzt wirklich Sorten rein beseilen können, das heißt wirklich noch Metall, noch Leiterblatt, noch Kunststoffe sortieren können und natürlich für das Recycling ein riesen Vorteil, dass man das Raser nicht verdrehen muss und das viel spezieller in die Industrie einsetzt. Auf alle Fälle, wir sind mit der Anlage sehr zufrieden, das ist nur zufrieden. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020